Musik Es ist Mitte August 2018. Wir nähern uns einem Waldstück bei Münzdorf, einem Teilort von Hayingen auf der Schwäbischen Alb. Hier betreibt seit mehreren Generationen die Familie Geiselhardt die alte, heute fast ausgestorbene Handwerkskunst der Kölerei. Dabei wird aus Scheitholz durch Verschwelung Holzkohle hergestellt. Musik Was heute Besucher aus nah und fern anlockt, war einst ein bedeutender Wirtschaftszweig. Holzkohle war bis ins 18. Jahrhundert der einzige Brennstoff, mit dem man die nötige Hitze für die Eisenverhüttung und Glasproduktion erzeugen konnte. Wie ist nun ein solcher Meiler aufgebaut und wie entsteht in ihm die Holzkohle? Um drei oder vier senkrecht eingeschlagene Pfähle werden stehend ein Meter Scheite aus Eschenholz zu einem kegelförmigen Haufen aufgeschichtet. Die senkrechten Pfähle bilden den sogenannten Quandel, einen Schacht, der dem späteren Anzünden des Meilers dient. Der Meiler wird zunächst mit Gras abgedeckt und dann mit einer Mischung aus Lösche, das ist Abfall vom vorherigen Meiler und Erde, luftdicht verschlossen. Der Gewandelschacht wird mit Holzstücken aufgefüllt, entzündet und danach von oben verschlossen. Innerhalb von etwa drei Tagen brennt die Holzkohlenglut im Schacht nach unten. Dann beginnt der Verkohlungsprozess bei etwa 600 Grad, der sich von oben nach unten fortsetzt. Die Kunst des Köhlers besteht nun darin, die richtige Menge an Luft zuzuführen, die der Meiler braucht, um weder zu erlöschen noch abzubrennen. Dazu werden durch die Abdeckung sogenannte Pfeifen gestochen oder geschlossen, wodurch der Zutritt von Luftsauerstoff geregelt werden kann. Max, der zur jüngsten Geiselhardt-Generation gehört, erläutert einem regionalen TV-Team, dass man an der Farbe des ausströmenden Rauchs erkennen kann, wie weit der Verkohlungsprozess fortgeschritten ist. Das ist der riesige Entschlusskrankung und bei der Dauerrauflösung nicht mehr nicht mehr. Bei der Verkohlung und der Luftabschluss verdampft zunächst das im lufttrockenen Holz enthaltene Wasser. Bei steigender Temperatur beginnt die Zersetzung des Holzes unter Abspaltung teils brennbarer gasförmiger Zersetzungsprodukte. Im Verlauf der Verkohlung reduziert sich das Volumen des Meilers in rund zehn Tagen auf ein Drittel. Damit sich dabei keine luftgefüllten Hohlräume bilden, muss die Deckschicht regelmäßig abgeklopft werden. Da während der Verkohlung alle zwei Stunden die Pfeifen kontrolliert werden müssen, übernachtet der Köhler während dieser Zeit in der Hütte neben dem Meiler. Neben dem rauchenden Meiler stehen natürlich auch die Akteure im Fokus des TV-Themes. Max verweist auf die frühere Bedeutung der Köhlerei und sein Onkel Norbert erzählt, wie er zur Köhlerei kam. Wie kommen Sie jetzt dazu zum Köhler-Saal? Ich habe hier eigentlich eine Ausbildung gemacht von Anfang an, seit ich ein kleiner Buch war, hier auf der Kohlplatte. Das kann man sagen, so zustande, dass ich meinen Tauchpate, und wenn mein Vater und meine Mutter gefragt, hat mein Vater und meine Mutter ihm gefragt, ob er die Padenschaft übernimmt, hat er gesagt, ja. Ja, wahrscheinlich, als er mit dem Kreuzigtehner hat, dass er irgendwann mal einen Köhler dann braucht. Die Laufband war so, dass man als kleine Buch, da kriegt man dann die Gliesskanne in die Hand und darf das Blut anmischen. Und dann, wenn man das Leben nicht mal als Jugendliche ist, dann heißt es, man kann mit Motorsäge und Absch umgehen, dann kann man mit dem Walther das Holz machen und dann heißt es, man kann das Band aufstellen und dann abräumen und dann ausziehen. Und jetzt habe ich seit zwei Jahren mit dem Max-Sommer quasi eine Leere ergeben, die sind stickt im zweiten Lehrjahr und die brennen praktisch in den Meiler. Einige Tage später. Nach Abschluss der Verkohlung wird das Feuer im Meiler durch Verstopfen der Luftlöcher erstickt und man lässt ihn zwei Tage ruhen. Jetzt steht am frühen Morgen um 6 Uhr eine Mannschaft zum Ausziehen der Holzkohle bereit. Mit Rechen, Forke und Schaufel wird die Kohle ausgezogen und zum Abkühlen ausgebreitet. Trotz der frühen Stunde haben sich schon einige Zuschauer eingefunden, um der Aktion beizuwohnen. Das Interesse ist allerdings nicht bei allen gleich groß. Glutnester werden mit Wasser gelöscht, damit die Kohle nicht verbrennt. Die Qualität einzelner Stücke wird überprüft und was nicht vollständig verkohlt ist, wird aussortiert. Die Feinstaubverordnung wird hier jedenfalls nicht eingehalten. Offensichtlich rauchen aber hier nicht nur die Meiler. Die bisherige Ausbeute sieht jedenfalls schon mal ganz gut aus. Die Geiselharz und ihre Mannschaft haben es geschafft. Der erste Meiler ist ausgezogen. Die junge Generation ist schon eingearbeitet. So bleibt zu hoffen, dass diese alte handwerkliche Kunst hier noch lange gepflegt werden kann. Die Ohrsten Die Ohrsten Vielen Dank.